Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, sind die Social Media eines meiner Lieblingsthemen und ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Willkommen in Neuland heißt es. Und damit habe ich mich mit den Chancen, aber auch mit den Funktionsprinzipien und den Risiken der sozialen Medien, also Neuland, auseinandergesetzt. Ich darf ein neues Buch schreiben, was im April rauskommen wird. Und das wird ein Elternratgeber sein, der sich mit dem sicheren Umgang gerade von Kindern auf den Social Media befasst. Und deswegen habe ich euch gefragt, die ihr ja regelmäßig auf den Social Media unterwegs seid, was eurer Meinung nach die größten Gefahren der Social Media sind. Und ich habe viele Antworten bekommen. Das ist die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, ich habe im Manuskript meines Buches nichts von dem, was ihr genannt habt, wirklich vergessen. Und die Gewichtung ist vielleicht ein bisschen anders gewesen, als ich das hatte. Das liegt aber sicherlich auch an der demografischen Struktur meiner Zuschauer. In diesem Video möchte ich euch nun die Hauptgefahren, die von euch und von mir in den Social Media gesehen werden, vorstellen. Ganz interessant, der neunte Platz, weil er von niemandem von euch genannt wurde, aber sicherlich auch eine gewisse Gefahr darstellt, sind juristische Gefahren. Es gibt Markenrecht, es gibt Urheberrecht, es gibt eine Impressumspflicht, es gibt Werbekennzeichnungspflichten. Da können Abmahnungen kommen und das ist eine gewisse Gefahr, die natürlich besteht. Auch Mobbing ist übrigens ein Straftatbestand nach dem Strafgesetzbuch. Also Internet ist keineswegs ein rechtsfreier Raum. Durch die hohe Anonymität wahrscheinlich wird er von manchen offenbar als solcher empfunden. Der achte Platz, der bei euch sehr weit hinten rangiert, ist das Problem oder die Gefahr von Kostenfallen. Es ist natürlich möglich, dass man gerade als Kind oder als Minderjähriger auf Seiten kommt, dass man vielleicht beim Gewinnspiel mitmacht oder dass man aus Versehen oder ganz bewusst In-App-Käufe tätigt. Dadurch, dass man ständig individualisierte, personalisierte Werbung sieht, bekommt man ständig feine Sachen angezeigt, die man auch wirklich haben möchte. Klickt euch mal durch die Einstellungen zum Beispiel von Instagram oder schaut bei adsettings.google.com. Wenn ihr mit eurem Konto angemeldet seid, dann bekommt ihr die Liste von Begriffen, die für euch dort hinterlegt ist. Also auf diese Begriffe werdet ihr targetiert, da wird euch Werbung eingespielt. Und da besteht natürlich immer eine gewisse Gefahr, auch Geld auszugeben. Siebter Platz, für mich sehr erstaunlich, soweit hinten, ist nämlich eigentlich die Gefahr verstörender Inhalte. Also dass man einfach auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok Sachen sehen kann, die man eigentlich nicht sehen will. Das betrifft natürlich vor allem Kinder und Jugendliche. Ich finde aber Erwachsene genauso. Pornografie wird häufig genannt. Ja, das ist ein Thema, das ist relativ leicht zugänglich durch das Internet. Aber gebt mal bei YouTube die besten Tötungsszenen in die Suche ein oder geht einfach mal auf die Twitch-Seite. Wählt die Kategorie Ego-Shooter aus, wenn ihr nicht angemeldet seid. Das kann jeder Achtjährige tun und ja, dann geht das Gemetzel schon los. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz große Gefahr der Social Media und des Internet. Für euch auf dem sechsten Platz sehr gefährlich, aber Gott sei Dank seltener. Aber vorhanden ist natürlich die Gefahr, richtiggehend Opfer von Verbrechen zu werden. Das ist Pädophilie, Kindesmissbrauch. Und ein Grund dafür, dass das überhaupt möglich ist, ist eben, dass man Fake-Profile anlegen kann. Dass Menschen auf den Social Media unterwegs sind, die es so gar nicht gibt. Die behaupten, der 15-jährige Junge aus der Nachbarstadt zu sein. Und in Wirklichkeit sind es 60-jährige alte Säcke, die sich an den TikTok-Videos aufgeilen und dann versuchen, auf einer anderen Plattform in Kontakt zu kommen. Der fünfte Platz im Mittelfeld, eigentlich ein klassischer Datentracking, Preisgabe von Dingen aus der Privatsphäre. Das ist eigentlich keine Gefahr, sondern Realität. Ich meine, alle Plattformen haben als Geschäftsmodell, dass sie von ihren Nutzern möglichst viele Daten abgreifen. Was sie so tun, wer die so sind und ihnen dann Inhalte anbieten, die ihnen besonders gut gefallen, damit sie auf der Plattform bleiben. Und im dritten Schritt ihnen dann Werbung genau passend zu ihren Interessen schalten und damit ihr Geld verdienen. Dieses Funktionsprinzip ist genial und mächtig. Und jeder, der sich auf diesen Plattformen aufhält und das tun, wir alle, die ihr dieses schaut sowieso, muss das wissen und sich dazu verhalten. Und dazu kommen wir später nochmal. Ja, und damit kommen wir schon zum dritten Platz, denn der wurde zweimal punktgleich vergeben. Und das ist zum einen die Debattenkultur, beziehungsweise der Hass, die verbale Gewalt, das gegenseitige Schlechtreden. Das ist im Grunde dieses, ich habe meinen Eimer nicht ganz voll, mein Selbstbewusstsein ist eigentlich schwach. Also was kann ich tun, wenn ich nicht in der Lage bin, mein Selbstbewusstsein selber größer zu machen? Ich muss dem anderen den Eimer leer machen, dann geht es mir besser. Und davon ist das Internet natürlich voll. Das geht von einfach missmutigen Kommentaren, die jeder kennt, der auf den Plattformen unterwegs ist. Ich auch. Bis zum ganz gezielten Cybermobbing jemanden fertig machen. Der Mensch ist eigentlich zum Beispiel nicht dafür geeignet, andere Menschen umzubringen. Und er hat das erst in dem Maße auch im militärischen Bereich überhaupt gemacht, in dem Maschinen erfunden worden ist, dass er das nicht mehr sieht, wer das Opfer ist. Genauso funktioniert natürlich auch verbale Gewalt. Wenn ich irgendwo was hinschicken kann, eine Rakete sozusagen absenden kann und nicht sehen muss, wie sie trifft und mir das vorstellen kann, dann fällt das vielleicht leichter. Und genau das passiert in diesem Bereich Hate Speech und Cybermobbing. Der zweite, dritte Platz ist Desinformation. Also dass wir Nachrichten oder Informationen in den sozialen Medien konsumieren, die falsch sind, die potenziell falsch sind, die wir nicht überprüfen können, die alleine durch die Macht der Masse, die sie auch konsumiert oder liked oder gefällt mir drückt, schon eine unglaubliche Bedeutung bekommen, die sie vielleicht gar nicht haben. Und neben den Fake News ist natürlich ein Thema die Blasenkultur, die sogenannte Filterblase. Wenn der Algorithmus mir halt immer nur die Inhalte vorschlägt, die ich mag, dann bekomme ich natürlich irgendwann die Ansicht, ja, dass die ganze Welt so ist, wie ich sie mir denke. Das liegt aber dann einfach nur an den Algorithmen, an der KI und nicht daran, dass die Welt so ist. Der zweite Platz, ganz klar, Suchtpotenzial, Zeitverlust. Jeder, der auf den Medien unterwegs ist, jeder, der Social Media benutzt, kennt das, dass er einfach plötzlich merkt, ups, drei Stunden rum, was habe ich gemacht? Ich habe aus Versehen die Für-Dich-Seite auf Instagram angeschaut. Oder ich bin einfach von Hölzchen auf Stöckchen auf YouTube gekommen oder habe in TikTok immer weiter gewischt und habe immer irgendwie wieder was Neues entdeckt. Wir als Nutzer der sozialen Medien müssen uns darüber klar sein, dass das genau das Geschäftsmodell der Plattformen ist. Sie wollen genau rauskriegen, was uns gefällt, damit sie uns genau diese Inhalte wieder anbieten können. Das ist wie im Märchen vom süßen Brei. Es wird immer wieder das uns angeboten, was uns gut gefällt. Und es gibt leider keinen Peter Lustig mehr, wie früher im Fernsehen, der irgendwann mal sagt, ihr schaltet jetzt besser ab. Ich vergleiche das immer gerne mit der Nahrungsindustrie. Natürlich, wenn du Fett und Salz nimmst, also Chips oder Fett und Zucker, also Nutella, dann erzeugst du bei dem Menschen, der das isst, das Gefühl der kurzfristigen Befriedigung und vor allem die Lust, immer mehr davon zu haben. Und nichts anderes machen die allermeisten Medien, die allermeisten Filme, die allermeisten Spiele funktionieren genau nach diesem Muster. Und wir müssen uns klar machen, wenn wir nicht selber unser Zeitmanagement oder das unserer Kinder in die Hand nehmen, dann gibt es auf diesem Planeten niemand, der es tut. Es wird niemand kommen. Es wird auch kein Superheld und kein Actionheld kommen und wird sagen, ich kämpfe jetzt dafür, dass ihr eure Zeit zurückkriegt. Das ist vielleicht beim Momo von Michael Ende der Fall. In Wirklichkeit ist es so, ihr müsst euch um eure eigene Zeit kümmern. Und ganz erstaunlich, dass es allen bewusst ist, der größte Punkt und der Platz 1 von den Gefahren der Social Media ist Realitätsverlust. Denn nicht nur falsche Informationen, sondern auch falsche Vorbilder und Werte bestimmen unser Leben in den sozialen Medien. Ihr schaut zum Beispiel so einen attraktiven 50-Jährigen, der immer Krafttraining macht, mit einer Schirmmütze rumläuft, einen erfolgreichen Sohn hat, ein E-Auto vor dem Haus und Solarzellen auf dem Dach und der denkt, ja, so will ich auch sein. Ja, warum bin ich nicht so attraktiv wie dieser Dad? Spaß beiseite, es ist immer das Vergleichen, das unser Leben kaputt gemacht hat. Das größere Auto des Nachbarn, die größere Sandburg im Sandkasten. Und das auf den Social Media in Kombination mit der Aufforderung zum Konsum, mit der Möglichkeit, sich ständig zu vergleichen, der Schönheit nachzuhelfen, auch zum Beispiel technisch gezielt Auswahl zu präsentieren. Also ihr seht mich ja auch nicht morgens auf dem Klo sitzen im Schlafanzug. Realitätsverlust ist für mich bereits, wenn du auf Netflix gehst und du siehst die Auswahl von Serien und Filmen, dann wird dadurch die Normalität erzeugt. Es ist normal, ganz viel zu schauen. Und das ist natürlich Quatsch. Normal wäre, wenn wir den größten Teil unseres Lebens in der Realität verbringen würden. Also nicht in Welten, die andere für euch ausgedacht haben. Lehrer, die den Stundenplan gemacht haben und den Unterricht. Oder Professoren, Redakteure, die sich ausgedacht haben, was ihr jetzt liest. Oder Regisseure, die euch Welten präsentieren. Oder Spielemacher, die sich Spiele ausdenken, die eure Realität bestimmen. Ich glaube, wenn man mal überlegt, wie viel Stunden, wie viel Prozent des Lebens man in diesen Welten verbringt und wie wenig man in der echten Welt, in der Natur, im Körper erfahren, im Sport verbringt, dann ist irgendwie klar, dass es sich hier um Realitätsverlust handelt. Hü Lox hat das ganz wunderbar formuliert, dass es einem reicht, zuzugucken, wie jemand das macht, was man selber machen will und es dann selbst nicht tut. Bam! Und das geht raus an alle Fans von Fitness, Instagrammern, Action, Helden und Stars und Sportlern. Ja, kriegt selber was auf die Reihe. Besteht die echten Abenteuer in eurem Leben. Haltet euren eigenen Körper gesund und versucht, Frieden und positive Energie ins Leben zu bringen, statt immer nur was aus den sozialen Medien zu konsumieren. In dem Buch, das, wie gesagt, erst nächstes Jahr im Frühjahr erscheint, erkläre ich dann pädagogische und technische Möglichkeiten, diesen Gefahren zu begegnen. Ich hoffe, ihr bleibt bis dahin interessiert und seid jetzt nicht sehr enttäuscht, dass es dieses Buch noch nicht als Weihnachtsgeschenk gibt. Denn, ja, ihr könnt auch einfach willkommen in Neuland auf Amazon bestellen und verschenken. Das ist auch eine gute Möglichkeit und da steckt auch ganz schön viel von meinem Hirnschmalz drin. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt mal diese andere Art von Video auch gemocht. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert gerne unten, was ihr von den Social Media und ihren Gefahren haltet und natürlich auch, was ihr für andere Themen auf meinem Kanal noch gerne sehen möchtet. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Dieser Derne.